Warum schlafen? Warum schlafen? Wie ist das gekommen? Das freie Schlafen losgeworden. Wie ist das gekommen? Das ohne Schlafen zu schlafen? Wie fühlt sich das losgeworden? Und ruhig zu schlafen? Wie fühlt sich das an? Ohne Schlafen zu schlafen? Warum lässt es weiter verhalten? Nun, wie fühlt sich das an? Warum lässt sich nur kein Flach im Band und ruhig zu schlafen? Warum lässt sich das alte Verhaltensmuster weg? Warum lässt sich das alte Denkmuster weg? Warum lässt sich das entgegeho Tat losgeworden? Warum? Wir sind uns frei von alten Denkmustern. Warum lässt sich das alte Verhaltensmuster weg? Wir blenden uns uns allen Diensten losgeworden. Warum so denke ich lasse es an Liebe? Also verhalte ich das Muster weg. Warum löse es mich nun von der Vergangenheit? Warum lasse ich es hin zu neuem, frischem und vitalen Endgültes los? Ich löse es mich nun von der Vergangenheit und gehe ein, warmes, frisches und vitales Strecke. Warum ist mein Gaumensiegel beim Schlafen frei von alten Denkmustern? Warum sorgt mein Gehkopf beim Schlafen dafür, dass die Luft rein und die Leute ein und auslösen können? Warum ändere ich automatisch die Schlafposition, um schnaussfrei zu bleiben? Wie schlafe ich, um schnaussfrei zu schlafen? Warum lasse ich, ohne Liebe anzukommen? Warum schlafe ich nicht so, dass ich denken der Liebe schlafen? Warum schlafe ich nur das Denken der Liebe schlafen? Warum schlafe ich nur das Denken der Liebe schlafen? Okay, warum löse ich mich nun von der Vergangenheit? Warum ist mein Nasen-Frachen-Raum nun geflogen? Warum gehe ich hin zu neuem, frischem, normalen Zitralen? Warum hat mein Baumensätzchen nun einmal? Ich löse mich nun von der Vergangenheit und gehe ein in neues, frisches, leichtes Zitrales. Warum ist mein Gaumensiegel beim Schlafen nun wunderbar entspannt? Warum soll ich beim Schlafen nun dafür, dass die Luft ungeheben wird, ein- und ausgießen kann, beim Schlafen nicht? Warum ändere ich automatisch die Schlafposition, um schnarschfrei zu bleiben? Wie schlafe ich, um schnarschfrei zu schlafen? Warum schlafe ich, um schnarschfrei zu bleiben? Warum schlafe ich, um schnarschfrei zu bleiben? Warum schlafe ich mit einem optimalen Atem? Wie kann das, dass man schlafen jetzt nicht stadt hat? Warum bin ich nun frei von überflüssigem Gewebe in der Kehle? Warum bin ich nun frei von überflüssigem Gewebe in der Nasenrachenraum? Warum ist mein Nasenrachenraum nun für luftfrei durchgängig? Warum schlafe ich mit einem Geräusch? Warum haben meine Mandeln nun die normale Verhaltensmuster nun geleistet los? Warum hat mein Daumensiegel nun eine normale Länge? Warum kann ich das alte Verhaltensmuster weg? Warum schlafe ich mit einem Schlafen ganz leicht durch die Nase? Warum atme ich beim Schlafen ganz leicht durch die Nase? Warum atme ich beim Schlafen ganz leicht durch die Nase? Denk ich stets an Freude. Warum atme ich mit einem Schlafen ganz entspannt? Warum bin ich jetzt zu neuem, frischem und vitalem? Warum lösen wir es in der Vergangenheit? Ich lasse mit einem Masen frischem und vitalem im Schlafen ein. Warum ist mein Daumensiegel beim Schlafen nun wunderbar entspannt? Wie er Versammel Hernchann ein. Warum schlafen Sie auf meinem Denkchen ? Warum schlafen Sie die Luft gest assembled hundred im Ein- und Aush�? Warum ändere ich automatisch die Schlafposition, um schnaussfrei zu bleiben? Warum schlafen nun die Stadt. Warum schlafe ich nun schlaussfrei die ganze Nacht? Warum schlafen ich selbst nicht erfolgen zuategoryen? Warum sein lord gut um uns trainieren zu viel? Warum schlafe ich nun die Kontamte, mein Atem von schlafen, 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 schlafen? Warum schlafen, mein Atem von schlafen, 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 schla Warum bin ich dankbar, dass mein Nasenatmen auch im Schlafen einwandfrei funktioniert? Im Leben habe ich mein Schlafen nun gestoppt. Und ich habe das Atmen durch den Mund beim Schlafen nun gestoppt. Warum schlafe ich nun schnaßfrei und die ganze Nacht tief fest? Diese Stelle ist mir vor, schnaßfrei zu schlafen. Wieso habe ich nun Kontrolle darüber, schnaßfrei und entspannt zu schlafen? Meine Zungenposition sorgt dafür, dass ich schnaßfrei schlafen kann. Meine Zunge, mein Nund und meine Seele arbeiten super gut zusammen, damit ich schnaßfrei schlafen kann. Warum kann ich nun den Gäste gut verlassen, dass meine Zunge, meine Nund und meine Seele miteinander arbeiten, damit ich schnaßfrei schlafen kann. Vielen Dank. Warum schlafen Sie nicht오ca? Warum schlafen Sie nicht so nass?